Chemikraft am Start. Ich möchte heute mal wieder ein bisschen spielen. Und so habe ich lange nicht so gut bekommen. Heute möchten wir das Haus vergrößern. Darum hole ich auch jetzt schon gleich, auf jeden Fall, das Haus. So. Und mit dem Sätzen kann man ja auch nicht mehr. Da oben konnte ich auch noch nicht mehr. So. Was ist denn hier so einfach? Und das habe ich da geblieben. Ich lege mich nicht ins Bett, ich lege mich nicht ins Bett, ich lege mich nicht ins Bett. Wisst ihr warum? Ja vielleicht welche nicht, weil? Und ich im Bett lege dann Schützes, mein Gott. Knapp und heute möchte ich hier. Ja eh weiter wo das Haus aber halt in kaum viel groß sein. Jetzt ich noch Sand nachher holen. Hm. Vielleicht kommt bald mal wieder ein Video mit Farbe oder so. Mit Farbe oder mit Farbe oder mit Farbe oder mit Farbe oder mit Farbe. Sand bei ist nicht. Den habe ich lange nicht gefunden. Doch doch. Ja. Nein. Den nicht. Ja. 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 Depp. Ich mache gerade den Depp. Ich mache den Depp. Boi. Sie macht den Depp. Boi. Was hab ich jetzt ein bisschen? Was hab ich jetzt ein bisschen? Wurde ich in den anderen Probe, wie soll ich das sein? Ich kann den guten Pflak, Okay ich weiß, kann es diese Ich hab das Ich habe gerade so nachgedacht. Ich weiß nicht, ob es die Hülle erkunden soll im nächsten Video, ich weiß nicht, bis ich meine neue Spitzkunde bin, aber mache ich nicht, ich mache hier eine, tschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschsch Vielleicht mache ich hier den Text-Supparty noch weiter. Ich werde gleich zum Spiel bestimmen. Flamme ist hier auch ein bisschen besser. Flamme ist hier auch ein bisschen besser. Wie bitte ist das so neu? Das Video kommt heute 30. 29. Ja, 29. Ist der heute? Wo kommt der 30. Ich freue mich so auf den ersten dazu. Auf den vierten. Da haben wir schon was. Nein, wie glücklich haben wir? Nein, wieso? Stell dir vor, Leute. Hier? Ja, wie im Eisen. Wie glücklich hat man hier? Stell dir vor. Wieso? Man hat hier so eine Schlucht gefunden. Ich komme so rein in die Schlucht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich komme den dann noch. Warte. Ich gehe noch hier raus. Ich muss noch etwas voll abfahren gehen. Nein, nein. Ich werde noch ein bisschen abfahren. Und dann muss ich. Du nicht halten. Muss ich nicht. Du nicht halten. Livestreams kommen jetzt nicht mehr so jeden Tag. Weil. Ich muss hier Schule immer lernen. Und darum kann ich nicht immer kommen. Und es bleibt mir auch gut. Zu 9.7. in den Spiel. Ja. Dann bleibe ich hier auch mal schön. Ähm. Hat schon noch etwas Gutes. Wie die nächste Folge. Und dann. Dann. Dann gehen wir überall nächste Folge. Und so. Und dann. Ich hoffe. Warte. So. Hier gehen wir auch nächste. Da werden wir. Hier gehen wir nächste Folge. So. Hä. Ja. Hier gehen wir vielleicht klein erkundigst du noch. In der nächsten Folge. Und dann Leute. Ich hoffe das hat euch gefallen. Und. Ciao. Ciao, ciao, ciao.